Im heutigen Video sprechen wir darüber, ob es ratsam ist, jetzt in Gold zu investieren und wohin meiner Meinung nach die Reise beim Goldpreis in den nächsten Wochen und auch Monaten gehen wird. Aber wir sprechen auch noch über einen weiteren wichtigen Schlüssel zum Vermögensaufbau und zwar ganz speziell in Bezug auf Gold. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass sehr viele von euch, die bereits Gold besitzen, mir hierbei zu 100% zustimmen werden. Wenn du Lust hast, dein Vermögen auf krisensichere und rentable Beine zu stellen und weshalb Gold dabei eine ganz zentrale Rolle spielt, dann schau dir einfach nur unbedingt das Video zum Ende an, denn der Content in den nächsten Minuten wird im wahrsten Sinne des Wortes für dich Gold wert sein. Bevor es losgeht, eine ganz große Bitte, falls du meine Videos regelmäßig schaust, du aber noch kein Abonnent bist, dann bitte ich dich, dass du meinen Kanal abonnierst und auch die Glocke drückst, damit du auch in Zukunft kein weiteres wichtiges Video mehr verpasst. Vielen Dank schon mal vorab für deine Unterstützung. Ja, es tut sich was beim Goldpreis, nachdem es in den letzten Wochen den Anschein hatte, dass der Preis pro Unse nach unten durchsackt. Damit es hier auf dem Kanal aber seriös bleibt, sage ich gleich ganz ausdrücklich an dieser Stelle. Die Prognose aus dem heutigen Video stellt nur meine persönliche Meinung dar und ich informiere dich lediglich darüber, ob ich derzeit Gold kaufen oder besser verkaufen würde. Und da geht es auch schon los mit dem Stichwort Gold verkaufen. Hierzu möchte ich dir eine kurze Geschichte erzählen, von einem Kunden, der sein Vermögen in den letzten 13 Jahren erheblich steigern konnte. Und all das hat angefangen mit dem Kauf seiner ersten Unse Gold. Mein Gott, ist das aber teuer. Genau das hat sich, nennen wir ihn einmal Peter, gedacht, als er im Jahr 2007 seine erste Unse Gold zum Preis von rund 580 Euro gekauft hat. Der Grund, weshalb er überhaupt angefangen hat, in Gold zu investieren, und das hatte einen ganz simplen und sehr pragmatischen Grund. Er wollte eigentlich eine Summe von 15.000 Euro sparen und hatte Sorge, dass er zu schnell schwach werden würde, wenn er diesen Betrag in Papier anspart. Und zu oft ist es ihm nämlich damals passiert, dass seine Sparmotivation flöten gegangen ist, nachdem sich ein größerer Betrag auf seinem Konto angesammelt hat. Er wurde immer wieder schwach und hat das Geld dann für andere Dinge ausgegeben. Aber eben nicht für das, auf das er ursprünglich hätte sparen oder hatte sparen wollen. Ja, so hat er sich jeden Monat eine Münze gekauft, je nach Budget. Das war vielleicht mal eine halbe Unse, mal eine ganze Unse, je nachdem wie er Geld hatte. Und irgendwann hatte er 15 Unsen Gold beisammen, hat dann sogar noch innerhalb kürzester Zeit eine massive Wertsteigerung erlebt, nämlich von rund 600 Euro pro Unse auf 1550 Euro pro Unse. Und jetzt dürft ihr mal raten, was er mit seinem Unsen Gold bis heute angestellt hat. Ich kann es euch verraten, ich kenne ihn, er hat sie immer noch. Ja, Peter wollte ja ursprünglich bei einem Wert von 15.000 Euro in Papier zurücktauschen. Aber das ist eben eine ganz entscheidende psychologische Wirkung, ganz speziell vom Gold. Die meisten Leute nämlich, die sich Gold physisch zulegen, halten es mitunter über Jahrzehnte oder geben es zum Teil sogar an die Nachkommen weiter. Also völlig flexibel. Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Doch das ist noch lange nicht der einzige Vorteil beim Kauf vom physischen Gold. Ich behaupte, die erste Unse Gold verändert dein Investmentverhalten nachhaltig und, ganz wichtig, auch langfristig. Und jetzt kommt es sogar noch besser. Es gab in den letzten Jahren im Leben von Peter einen Moment, in dem er einen Kapitalbedarf von rund 20.000 Euro hatte. Und das wäre eigentlich der Moment gewesen, das Gold zu verkaufen. Aber das hat er definitiv nicht getan. Was er getan hat, war Folgendes. Er ist nämlich zu seinem Bruder gegangen, von dem er wusste, dass dieser eine größere Summe auf dem Konto liegen hatte. Hat diesem sein Gold in die Hand gedrückt und sich das Geld von ihm geliehen. Nach eineinhalb Jahren konnte Peter das private Darlehen zurückzahlen und hatte sein Gold wieder in Empfang genommen. Beziehungsweise, ja, der Bruder wollte letztendlich gar nicht sein Gold. Ihm hat das Versprechen gereicht, das Gold bei einem Zahlungsausfall überlassen zu bekommen. Und diese kleine Geschichte birgt eine enorm wichtige Botschaft in sich für dich. Gold, aber natürlich auch Silber haben einen ganz anderen Investmentcharakter als beispielsweise die Unternehmensbeteiligung. Hier hat mein Kunde Peter in den letzten Jahren sogar schon des Öfteren den Wertzuwachs als Gewinnmitnahme abgeschöpft. Was sich hier im Kleinen abgespielt hat, das spielt sich natürlich auch logischerweise im Großen ab. Und jetzt versteht der eine oder andere vielleicht noch viel besser, weshalb sich Notenbanken physisches Gold kaufen. Es geht hierbei nämlich genau um diesen Effekt. Mit einem physischen Goldbestand bietest du deinem Gläubigern das Höchstmaß, also wirklich das Höchstmaß an Sicherheit. Jetzt aber zu meiner versprochenen Prognose hinsichtlich des Goldpreises. Stand heute liegen wir ungefähr bei 1800 Dollar pro Unse und liegen damit rund 10% unter dem Allzeithoch von 2000 Dollar aus dem Juli des vergangenen Jahres. Zwischendurch hatten wir aber sogar schon Kurse von rund 1700 Dollar gesehen. Und ich persönlich werde meinen persönlichen Goldbestand weiter aufbauen. Den Preis halte ich aber für sehr günstig im Moment und es besteht die Möglichkeit, dass der eine oder andere dem Kurs von 1800 Dollar aufgrund einer verpassten Kaufgelegenheit vielleicht schon bald nachweinen wird. Weshalb ich glaube, dass der Goldpreis anziehen wird und zwar deutlich, das hat ganz konkret drei Gründe. Grund Nummer 1. Die Notenbanken dieser Welt, allen voran China, kaufen verstärkt physisches Gold, nachdem die Nachfrage im letzten Jahr eingebrochen ist. Mit über 35.000 Tonnen erreichten die weltweiten Goldreserven Anfang Februar sogar einen der höchsten Werte aller Zeiten. Grund Nummer 2. Viele Dinge des täglichen Bedarfs sind massiv im Preis gestiegen. Wir sehen den Effekt der Preissteigerung beispielsweise ganz deutlich in der Baubranche, wo sicher an vielen Projekten nachverhandelt werden muss. Ich bin immer ganz erschrocken, wenn ich mit Mandanten spreche, mit Unternehmern, beispielsweise Schreinern. Allein im Holzbereich sind die Preise um über 100% nach oben geschossen. Aber auch im Einkaufswagen kann man es langsam spüren, wo die Preise für Obst und Gemüse mitunter eine Teuerung von bis zu 92% verzeichnet haben. Für den Goldpreis bedeutet das, dass früher oder später natürlich auch ein Wertangleich stattfinden wird. Nach oben versteht sich natürlich. Ja, der Grund Nummer 3. Es gibt zahlreiche Experten, die eine Korrektur an den Börsen erwarten und die treuen Zuschauer unter euch wissen, ich gehöre ebenfalls dazu. Ich erwarte jetzt nicht den Crash des Jahrhunderts, aber einen deutlichen Rücksetzer. Und genau deshalb schichte ich um und erhöhe das korrelierende Asset-Gold bei einem derzeit attraktiven Preis pro Unze. Und neben dem Kauf von physischem Gold bleibe ich aber auch bei den Goldminen weiter engagiert und erhöhe auch die Position. Denn bei diesen Werten wirkt sich ein steigender Goldpreis noch effizienter aus als, und das ist wichtig, als beim physischen Gold. Aber, und das betone ich nochmal ausdrücklich, physisches Gold vor Ort gehört definitiv mit dazu. Es ist eine ganz, ganz wichtige Position. Wer seinen Goldbestand ebenfalls weiter ausbauen möchte, der darf natürlich gerne auch meinen Online-Shop besuchen. Darin findet ihr übrigens viele interessante Videos. Und wer mich kennt, der weiß auch, dass meine Lieblingsmünze, die 20 Schweizer Franken-Freneli, dabei ist. Und ihr braucht euch weniger Sorgen vor einem möglichen Goldverbot zu machen. Auch wenn ich beim Gold aufgrund des günstigen Preises derzeit sehr motiviert bin, würde ich definitiv nicht alles auf eine Karte setzen. Denn neben den Edelmetallen sind auch Unternehmensbeteiligungen für einen nachhaltigen Vermögensaufbau unerlässlich. Denkt ja die Goldmähen. Ja, beim Peter ist es im Übrigen genauso. Er hat jetzt mit seinem, unserem Gold, circa 20% seines gesamten Portfolios erreicht. Und er ist deutlich stärker in Unternehmensbeteiligungen investiert. Wenn du Nägel mit Köpfen machen willst und dir ein krisensicheres, solides und breit gestreutes Portfolio wünscht, dann zögere keine Sekunde, sondern vereinbare bitte gleich ein kostenfreies und unverbindliches Kennenlerngespräch. Mit einem schlechten Werbespot würde ich sagen, sei schlau und mach es einfach wie Peter, der sich bereits vor 15 Jahren für diese geniale Hochfinanzstrategie entschieden hat und seit dieser Zeit sogar mehrfach Gewinnmitnahmen, das ist auch mal interessant, für mittelfristiges Sparen, realisieren konnte. Es geht nicht immer nur um das große Thema Altersvorsorge. Es geht auch, du lebst auch in 5, in 10 Jahren und willst dir da auch mal was anschaffen. Von daher geht es immer a. um echte Sicherheit und b. und ganz klar auch um Rentabilität. Ja, was mich interessiert, hast du Gold oder wie siehst du das Goldinvestment? Welche Entwicklung siehst du aktuell beim Goldpreis? Teilst du meine Einschätzung oder bist du weniger optimistisch? Fragen über Fragen, ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Habt eine ganz erfolgreiche Posewoche. Wir sehen uns wieder am Mittwoch. Herzliche Grüße aus Eichenzell, euer Daniel Sauer.